Guten Tag. Hallo. Mein Name ist Matthias Mitscherling. Ich habe eine Idee für einen Film, der im Mai gedreht werden soll. Er trägt den Titel Luftwollen. Und jetzt kommt's. Bei Luftwollen ist das Besondere. Es ist der erste deutschsprachige Surfspielfilm. Dabei geht es um den Heinrich Kehrer. Heinrich Kehrer ist 59 Jahre alt und will mit diesem Alter noch das Wellenreiten erlernen. Wie jetzt in seiner Geschichte ein scheinbarer Suizidversuch, ein Hotelbauprojekt und ein Versicherungsbetrug in diese Geschichte passen. Das erfahren Sie erst, wenn der Film wirklich gedreht wird. Mein Ziel ist es, Sie zu unterhalten und dazu brauche ich Ihre Hilfe. Es wäre sehr nett, wenn ich meine Geschichte mit Ihnen teilen darf. Gut. Hallo. 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 Bei Joel hat weitere Infos. Ich glaube... ... 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